Das Video geht extra für meine liebe Frau. Liebe Maida, ich liebe dich. Ich vermisse dich. Es tut mir wirklich schrecklich. Du fehlst mich jeden Tag, jede Minute. Du bist eine starke Frau mit großem Herz. Du weißt schon, ich bin kein schlechter Mensch und ich habe wirklich nichts getan. Ich bitte dich nicht bezahlen. Komm bitte, hörst du bitte auf Streit. Ich kann ohne dich nichts leben. Bitte, bitte, bitte. Ich kann nichts mehr sehen. Das Grund nur wegen dir sind ich liebe sehr viel. Keine Frau ist wie du. Du bist die beste Frau für mich in die Welt. Lass uns doch einmal versuchen. Bitte, 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 bitte. Hörst du mich auf. Mir strafft nichts mehr. Bitte. Hast du mich genug bestraft? Bitte. Ich sage, ich werde ein kleines Kind. Bitte. Ich schwöre mein Gott. Ich bin kein schlechter Mensch. Du weißt das selber. Ich habe ein paar kleine Fehler, aber als kleine Fehler kannst du keinem Verzahlen. Ich weiß schon, du liebst mich und ich liebe dich auch. Das ist das Beauty und ich habe nicht gesagt. Das ist das Ich habe mir gezeigt. Ich habe dich erlebt, dass mir jeunes auch gemacht hat, dass mir Sie viele und Frauen wie Sean nicht ganz glücklich sind. Ich habe hier bunlar gemacht. Vielen Dank.